Hi Leute und willkommen zurück. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Jürtenheim, würde ich sagen. Geht ihr zwar jetzt rein oder was? Gerne, hab geöffnet. Aber wir schauen jetzt vorher noch mal zum Händler, ob der noch irgendwas hat. Ah, es sieht eigentlich nicht so aus. Das ist nichts von meinen Sachen, wo ich upgraden kann leider. Egal. Weil jetzt müssten wir hinkommen. Das heißt hier vermutlich. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Happy. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge! Da! Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand entde- Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Oh-oh. Ich kann das. Nein, ich kann das nicht. Na gut. Bereit? Komm. Oh, ich hab einiges mit dir vor. Kommt schnell wieder zurück. Bitte. Wählt hier nichts rein. Nein, 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 nein. Okay. Schauen wir doch mal. Warum nicht. Hm? Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Wir haben ihn. Geschafft. Haben wir. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Ist er jetzt bereit? Taxi. Ganz schön hügelig. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo. Ist jemand hier? Wo sind wir hier? Ja. Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Odin und Thor. Sie ruinieren alles für jeden. Hm. Wer ist der Wächter? Oh Gott, wie viel steht denn hier? Ich müsste sie fühlen. Aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Warte! 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 Hier passiert was! Warte! Die Axt kennen wir doch. Die Axt mit Baldi. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riese. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldor war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm. Wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, Cynthia. Ja. Ich hatte aber wirklich gesehen, dass er sterben wird irgendwann. Sie nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Ähm. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Wegen der Leichen? Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Große Riesenleichen? Überall. Und die Flucht wurde nicht geschafft. Und die Flucht wurde nicht geschafft. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. So. 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 Er nýsir um ná. An þarft lýsir, þú þarft hjärna að þrjó. Lebe wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesen. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich... Loki? Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. Und so musste ich ihr Volk genannt haben. Das klären wir einander mal. Lass uns heimkehren. Lass uns heimkehren. Loki also. Zum Glück ist das eine andere Lore als bei Marvel. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn. Wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wie ertrogen ist stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow. Du hast eine tolle Geschichte erzählt. Emir hat's verpasst. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich verstehe, da draußen sind noch ein paar Balküren, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. So, mal schauen, was er mit Mimi angestellt hat. Jungs, bin ich vielleicht froh. Ich hab die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn mimiert? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wär's denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Okay, weiter erkunden. Ledigen Sie Zwergen gefallen, befreien Sie Drachen, reisen Sie nach Muskelheim und Niflheim. Waren wir schon mal zum Testen? Finden Sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Balküren zu besiegen. Balküren enthüllt. Okay. Neues Spielplus. Okay. Machen wir nicht. Wir gehen jetzt erstmal in die Heimat, würde ich sagen. Also zur Hütte zurück, da wird doch sicher irgendwas passieren. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen, als es gab. Und der Schneefall, der begann, als du bald den getötet hast, hat zugehört. Es ist ein Omen. Ich will vorstehen, bitte. Nicht irgendein Anruf, sondern ein so harter, dass er drei Sommer lang dauert. Und wenn er um ist, begeht Ragnarök. Ragnarök. Wie Schnee. Ja. Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein. Laut Prophezeiung sollte das wenigstens in ein paar hundert Winter beziehen. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Große. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Früher oder später musst es ja schneien. Das ist nicht nur Schnee und das weißt du. Das ist die Endzeit. Ich wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Wir reden nur über das Wetter. Über diesen kleinen Schelteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Okay, aber die Ports funktionieren noch, oder? Da hatten wir ja einen und andere Hütte. Zuhause. Gehen wir doch mal hin. Warum will Odin unbedingt einen Weg nach Jütenheim finden? Er ist überzeugt davon, dass die Riesen sein Schicksal in der Hand haben, wenn Ragnarök beginnt. Sie sind schließlich die ältesten Feinde der Aßen. Und es ist ihre Armee, die ihn am Ende besiegen soll. Aber mehr als das begehrt er ihre Gabe der Prophezeiung. Er will wissen, was sie wissen und sehen, was sie sehen. So viel Leiden hätten verbieten werden können, wenn seine unstehbare Neugier nicht so viel stärker wäre als seine Weisheit. Wie meinst du das? Ah, erinnere mich daran, dir zu erzählen, wieso man ihn den Fürst der Gehenkten nennt. Irgendwann mal. Ja, ist ein bisschen Schnee. Aber nicht sonderlich viel mehr, oder? Entschuldigung nach Hause. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Okay. Ah ja, hier liege ich gut. Und am Ende war es nur ein Traum. Nein, natürlich nicht. Was war das? Dein Bogen! Na, fängt Dagnarök an. Oder ist Odin da? Ach nee, jetzt ist das Tor. Finito? Ja, das war's. Also, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Game wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017